Alter, Jason, ich hatte gerade so ein Klaus-Kinsky-Flashback, so ein ganz viel Tobsuchtsanfall. Ja, tut mir leid, das war jetzt gerade so schön und jetzt komme ich. Ich habe einen Text aus meiner Reihe, leider autobiografische Texte dabei, das heißt auch leider wirklich alles so passiert, wie es hier drin steht und das Ganze kam in etwa so zustande, dass ich eines Tages am Bahnsteig gewartet habe, verblüffenderweise auf die Bahn und neben mir saßen zwei so Bronx-Bit-Chicks und so um die 17 Jahre und unterhielten sich zum Thema Führerschein, Führerschein-Prüfung und irgendwann sagt die eine, ne, das ist auch voll schwer so, die haben auch voll schwere Worte, zum Beispiel beschleunigen. Und da dachte ich so, und habe einen Text geschrieben, der in Anlehnung an ein altes Sprichwort heißt, kein Schwanz ist so hart wie die Realität und tut auch nicht so weh im Kopf. Geil, eher so, ne, ne, Baby, du kennst mich nicht, du kennst mich nicht. Das ist schön. Die Realität hat eine grausame Angewohnheit, sie ist von Zeit zu Zeit grausam. Und sie macht das mit einem, was allenfalls ein schlechter Liebhaber tun würde, sie zwingt einen in die Knie. Sei es auch nur das Verständnis betreffend, selbiges fand man mir in jes Ende, als ich kürzlich geistesabwesend an einer Ampel auf dem Radweg stand und mir daraufhin ein älterer Herr-Kopfgeld-Rentner-Pimmel von seinem Fahrrad aus im vorbeifahren mit der Faust in den Rücken boxte. Und dann auch noch pöbelte, na, ist das jetzt schön so? Einfach auf dem Radweg stehen? Und ich dachte, nee, das ist nicht schön. Ahnt man doch nicht. Stehst du auf dem Radweg quer, kommt von irgendwo ein Rentlein her, Entschuldigung. Das ist Realität, die in mehrfacher Hinsicht wehtut. Ähnlich viel Schmerz verspürte ich nur in Anbetracht der verbalen Entgleisung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die sagte, Frauen sollten, um sich vor Übergriffen von Männern zu schützen, immer eine Armlänge Abstand halten. Unmittelbar sah ich das neue Cover des Satire-Magazins Titanic vor meinem inneren Auge. Eine grimmig dreinblickende, kaum bis keine armige Frau, daneben der Schriftzug Praxistest versagt. Kontergarnfrauen im Nachteil. Ist natürlich alles völliger Humbug. Eine Armlänge alleine wird niemals ausreichen, um einen anderen Menschen auf Distanz zu halten. Man muss das Ganze schon effektvoll untermalen, damit es wirkt mit einer dramatischen Geste zum Beispiel. Ich habe mir das dann etwa so vorgestellt. Stop in the name of love before you touch my breast and then steal my mobile phone. Wobei, mein Favorite ist immer noch, und es wäre jetzt wirklich sehr schön, wenn ihr in Anbetracht der Druckwelle, die meine Hand gleich erzeugen wird, ehrfürchtig nach hinten weichen werdet. Auf den Rängen, ihr könnt auch einfach aufstehen und plump umfallen von oben. Achtung, geht los und... You shall not pass. Ja. Auch Männer können übrigens ihren Beitrag im antibedrohlichen Umgang mit Frauen leisten. Ihr Faustregel-Äquivalent lautet, immer eine Penis länger Abstand halten. Frauen profitieren dabei, vor allem in der Gegenwart von Schwarzen. Ne, Moment, Moment. Das ist nicht rassistisch, das ist ein Kompliment. Koreaner jedoch können sich ungehindert ihren Opfern nähern. Ja. Vielleicht sollte man daher das Problem besser direkt an der Wurzel packen, also dem Penis selbst. So ein Penis ist ja schließlich auch nur ein Mensch, wenn auch nur ein sehr kleiner, ich weiß bei dir nicht. Und der möchte sich der Gesellschaft offensichtlich mitteilen, leider oftmals so, dass wir ihn nicht auf Anhieb verstehen können. Das zumindest ernahm ich der Unterhaltung einiger junger Männer in der Bahn, in der einer von ihnen verlauten ließ, ey, steifen, das ist voll die Metapher. Und ich dachte so, hä, steifen, eine Metapher, wofür steht das? Apartheid, ja die Apartheid war ganz schön versteift. Anarchie, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, mich beschäftigt sowas. Ich stelle mir Fragen wie, Monika, welche phallusphilosophischen Rätsel sind dir bisher verborgen geblieben? Und solltest du zukünftig vielleicht etwas mehr zwischen den Vorhäuten lesen, auf der anderen Seite ist das vielleicht keine so gute Idee. Wer weiß, was man da alles findet, wenn man nur weit genug zurückschiebt. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man ein Herd endlich mal nach zehn Jahren zum Putzen abrückt. So, oh, guck mal, eine schimmelige Nudel, alte Parmesanreste, ein toter Maulwurf. Worauf ich hinaus wollte, ist es wichtig, dass wir schlau aus so einem Penis werden, bevor er schlau aus uns wird oder in uns. Das darf auf keinen Fall passieren, zumindest nicht bei Männern wie in dem Werbespot mit dem klangvoll Namen. Und er ist wirklich so, der aktuelle Parship-TV-Werbespot mit Christian. Christian Baumel zu Beginn lässt sich uranguternös und konzeptlos an einer Kletterwand herum. Dann lässt er sich plötzlich lassiv nach hinten fallen und guhrt ein, in der Liebe suche ich keine Abenteuer, in die verzweifelte Orang-Uterus-Landschaft hinein. Da ist bereits der Punkt erreicht, an dem ich denke, super, und das wollen wir die ganze Zeit machen. Jeden Abend die Tagesschau nachregeln und 50 Jahre Missionarstellung. Als ich den Werbespot das erste Mal sah, wäre ich um ein Haar in einem langanhaltenden epileptischen Genanfall elendig zu Tode gekommen. Was gar nicht so verkehrt gewesen wäre, denn dann wäre mir zumindest das Erlebnis erspart geblieben, bei dem ich unmittelbar nach einer Entharungszeremonie im Intimbereich von der dafür verantwortlichen Person zu hören bekam, oh, oh ist immer schon mal schlecht, oh, Symmetrie war ja noch nie so meine Stärke, aber so krass habe ich noch nie daneben gelegen. Als ich dann ängstlich an mir runterschaute, wuchs in mir der unmittelbare Drang vor meinem Soeben entstandenen Gazastreifen mit Hitlergruß zu salutieren, was daran lag, dass ich untenrum aussah wie der Führer nach einem Rasierunfall. Es war ein einseitiges Hitlerbärtchen. Ich schaute die vermeintliche Entharungspädagone an und sagte, das ist aber wirklich sehr schief. Ihre unverblümte Antwort, und das tut heute noch sehr weh, naja, da unten sieht es ja eh niemand. Ja, sagt wer? Ich sehe schon meinen Frauenarzt bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung. Frau Bertens! Das ist so schön, meine Unten! Da möchte ich gerne mal einmarschieren! Da hatte ich denselben Gedanken wie bei dieser Frau, die man bei einem Quiz auf der Straße fragte, aus welchem Körperteil Adams Eva entstanden ist. Wohlgemerkt, es gab vier Antworten zur Auswahl, die Richtige war sogar dabei. Sie antwortete verstörend selbstsicher, dass Eva aus Adams Penis geformt wurde. Und ich dachte, eine in sich total konsequente Schlussfolgerung. Ihr Gehirn scheint so klein, dass es problemlos in eine Eichel hineinpasst. So ist das mit der Realität. Mal boxt sie einem in den Rücken, mal boxt sie einen ins Jagdhorn oder schlägt gleich direkt unter die Gürtellinie. Und was ich tue, ist nichts anderes als subtil oder ebenso direkt anstands- und abstandslos zurückzuschlagen. Nur schlage ich mit Worten. Denn Worte sind immer noch die wirkungsvollere Waffe. PS. Vagisan spricht offen über Scheidentrockenheit. Scheidentrockenheit wehrt sich jetzt und spricht offen über Vagisan. Macht mit. Dankeschön. Monika Mertens, meine Damen und Herren. Unsere wundervolle Jury bitte. Zeitgleich.